Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Bravely Default. Ja, beim letzten Mal haben wir es vollbracht. Der Wind weht wieder, wie er soll. Und nun wollen wir mit, oder können wir auch, mit der Sidequest hier weitergehen. Ich hab schon mal dafür gesorgt, dass wir es Nacht haben und jetzt können wir die Mühle hier betreten. Wo es dann mit der Quest wohl weitergeht. Wäre es blöd, wenn ich die nicht beendet hätte, ne? Ah, der Ort, ja. Ich kann mich nur grob daran erinnern. Ich glaube, die Gegner hier in dem Dungeon haben größtenteils eine Blitzschwäche. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, ja. Das war so ein blöder Ort. I remember this shit. Ja. Wir müssen hier zwei Hebel finden. Damit da der Aufzug, äh, funktioniert. Wo funktioniert dieser Dungeon? In dem Sinne. Wer hat sich das hier ausgedacht? Ein Übertrank, wow. Ich weiß nicht, ob das der... Ne, das war nicht... War das der Beste? I don't know. Wer haltet der eigentlich? 1.500. Okay, ne. Ich glaube, das ist nicht der Beste. Unter den Tränken. Dann 1.500 ist schon nicht wenig, aber... Ich glaube, man bedenkt, dass man über 5.000 KP mit Level 99, glaube ich, haben kann. Klingt das halt schon wenig. Ich habe doch keinen Orientierungssinn. Wie sollen wir denn hier zurechtfinden? Oh, das war's schon. Okay. Dann war es halt auch nicht so schwer. Ja, ich habe nebenbei auch nochmal auf Level 19, äh, die Gruppe gebracht, auf Camp. Also ich die, äh, ja, verwartet hab, dass Nacht ist. Auch wenn ich, ich habe mich auch nochmal geheilt. Also wir sollten jetzt eigentlich ganz gut vorbereitet sein. Für die letzten paar Kämpfe. Also das ist hier noch... Mal ein Geschenk vom Händler, okay. Nehmen wir mal so mit, aber ich glaube, ich werde hier nicht alle Tuens finden. Das mag ich ja doch irgendwie zu bezweifeln, dass ich das schaffe. Wir haben hier oben noch eine Treppe, die wir noch nicht genutzt haben. Wofür sonst ist das denn? Aber das wird so verzeigt. Mann. Wir haben ja schon mal eine Truhe. Gut. Gehe ich erstmal hier noch lang. Oh. Okay, jetzt sind einige Tuen auf einmal. Ja, und das da kann ich nicht benutzen. Gut, gut. Dann gehen wir ja für euch doch alle. An der letzten Endes, wenn man die Karte einfach nur vollständig aufdeckt und, äh, ja, an Schwächen jeden Gang nimmt, kann man eigentlich auch nichts verpassen. Außer eben diese gelb-blaue Truhen da. Die ich glaube, ich auch privat nie geöffnet habe. Naja. So, dann sind wir jetzt wohl hier schon durch, weil hier ist schon der Speicher-Typi. Okay. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Wo sind wir hier? Oh, geht das hier etwa zum, äh, Königshaus? Ich hätte das nur gedacht, dass dieser böse König hier irgendwelche krummen Dinge auch noch macht. Oh, das ist das, das ist das Royal Palace. Shh, jemand ist gekommen. Blast es! Blast es! Blast es all! Calm down. How do you expect me to be calm? Das ist alles falsch von dieser Frau! Von dem Momenten der Vestel zurück, jeder Kog in meinen Plan ist aus dem Platz! Und die Merchandtrie, die Incompetent Profiteur's Verlust, hat es versucht zu bringen, alles zu schrauben. Und nach den Leitungen, habe ich ihm alles, was er möglicherweise braucht. Und für was? Eine nächste Negative! Mal wiederum, dieser kleine Ölschlitzel assured mich, alles zu planen. Und wie ein dummer, habe ich ihm geglaubt, mit dem alles! Mit dem Wäldern, dem Wäldern, dem Wäldern, dem Wäldern, dem Wäldern, dem Wäldern, dem Wäldern. Der Wäldern war die Merchandtrie. Der Wäldern war die Merchandtrie aus dem Wäldern, der Wäldern. Das war die Merchandtrie, der Wäldern war. Das war die Wäldern, natürlich. Die Wäldern war die Wäldern. Anschimus war eine Päckige. Welche Sparke würde es tun. Einige Träflinge Grieven, um die Brunten zu verbreiten, all diese Frustration auf den Vestal. Die Orthodoxie, die auf die Leute auf die Leute, und die Mühle, würden sie verbreiten. Und die Zeit des Antikrystallismus würde beginnen. Also muss es! Die ungewöhnliche, superstitische Liebe des Crystals ist ein kreis, die Menschen zurück von der Wahrheit. Nur durch die Boden, ihre Hoffnung in diese Stöhne und die Vestal, kann meine Vision für die Anscheim realisieren? Eine gläisige neue Welt ist direkt vor unseren Augen. Es war so knapp in Bezug, und jetzt mein Plan ist verbreitet! Warum, Kent? Wie hat das passiert? Jetzt wird die Rabbe auf niemanden, aber die Vestal. Oh, es ein totales Verbrechen! Ich sollte niemals auf einen Ignoramus wie Profiteur sein. Mein Plan war perfekt! Das Verbrechen auf deine Scheming war die Grund, dass es verbrechen hat. Insofern, die Vestal spricht ohne eine Gedanken in ihrer Kopf. Es ist dein Grund. Die Frage war die Rhetorikale, die Vestal! Aber sehr gut! Wenn die Vestal fällt, dann geht's! Ich will die Frau, und stehe auf die Kristall. Mit dieser Zeit, die Wind werden in meinen Fingertippen. Ich kann die Turbine oder kontrollieren die Miasma, wie ich bin! Die Vestal ist immer der Optimist. Sie sind so sicher, dass dieser neue Plan besser wäre, Time Mage? Es muss! Die Menschen müssen sich zeigen, dass die Vestal keine Platz in meinem neuen Reign oder in der Zukunft der Anschein! Zeit! Unabhängig! Por favor, begrüßt ihr Krone nicht weiter! Was? Das ist nicht... Wie bist du hier? Regardless, ich bin hier. Ich habe alles gehört. Ich habe alles gehört. dass dieser Schande geht immer weiter. Ich wusste, dass du ein Mensch nicht warst. Aber das ist schade! Für ein König wünscht sich auf seine eigenen Leute? Das kann man nicht! Und... Was hast du hier gehört? Was ist hier? Was ist das? Du bist ein schade actor, King. Du hast... etwas Proof, dann? Etwas Evidenz, um zu zeigen, dass ich diese Kommentare gemacht habe? Ha! Er ist wie ein Kind verletzt, in einer Lüge. Nein! Natürlich! Nein! Such Proof existiert! Ich weiß, dass du viele mich aus dem Throne aber es nicht funktioniert! Es funktioniert! Wie passiert, wir haben Proof. aber ich glaube, dass wir es brauchen, dass wir es brauchen. Fragen Sie sich das. Given deine Worte gegen die Vestal, welche Menschen dass die Leute glauben? Du hast keine Schade? Keine Chance für diejenigen, die Sie regeln? Du! 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 Das ist alles, was du machst, Vestal! Wenn du nicht hier bist, nichts davon würde... Du! Du kannst nicht hier nicht lange sein. Du kannst nicht irgendwo sein. In Wahrheit, dein finales Segel wird der Fanfare, das die meine Reine. Es scheint, der Mann ist außerhalb der Reine. Spellfenster Sigma-Kent! Name Ihr Preis! Entferne die Reine Körpers, wenn du möchtest! Das was es braucht, ich will diese Vermitteln tot! Ich wähle meine Kunden für ihre Pocketsbücher, nicht ihre Moral Fiber. Ich werde jetzt nicht grossen schraubelt. Du hast ein Begriff, King. So lange, wie deine Rechte halten. So, da können wir dem ja endlich mal äh... Relektion erteilen, hm? Sehr schön! So, Tiff, mit dir will ich jetzt wieder eine Diagnose machen. Die haben wahrscheinlich keine Schwächen und haben beide 4.500, äh... K.P. Ich glaube, ich greife als erstes mal das Kind an. Ich glaube, der vom Schaden her stärker als äh... der König. Warte mal, ich habe doch auch hier... Dumm, genau. Kann ich nicht, okay. Ja, wir meinen ihm halt keinen Schaden. Hm. Okay, kann man das bei Bossen nicht benutzen, oder was? Kein zu. Okay, komm, ihr greift den König an. Meine Magier greifen dann den Kind und Karma an. Du haltst einmal und reißt dann mit an. Und du setzt nur Angriffe ein. 144, okay, wir müssen also ungefähr 40 mal angreifen, oder was? Ein bisschen weniger. Okay, bei Triss ist das nicht so schlimm. Der kraft ja eh nicht magisch an. So, dann wieder von vorne. Du wieder... Ah, verdammt. Nee, Moment. Dann tust du, oder was? Nee. Wir greifen doch einfach mit dir an und, äh, Agnes halt sie selber. Weil ich weiß nicht, ob Triss schneller ist als, äh, Agnes. Wäre blöd, wenn... das langsamer gewesen wäre... und am Ende nichts machen kann. Und am Ende nichts machen kann. Du wirst nicht diese Zeit laufen? Ein Kontrakt ist ein Kontrakt. Und viele sind die Koffe, die ich unter der Königin gewonnen habe. Es ist nicht in meiner Natur. Aber ich bin bereit, um diesen zu sterben. Okay. Weißer bleibt bis zum Schluss da, hm? So ein Hauptangreifer, was Magie angeht. Ja, ich weiß, es ist eigentlich egal, was für Magie ich einsetze. Also welches Element, das ist eigentlich egal. Aber irgendwie passt es ganz gut. Nein, warum die freutet der jetzt? Immer dieses Nervige. Wie tönen sie hier? Das sieht seltsam aus. Ah, komm. Angriff! Ja, du heilst noch einmal und... dann wird angegriffen. Und du kannst eh nur einmal angreifen. Also... machst du das auch. Das haben wir jetzt bald mal. Eigentlich müssen die mal langsam down gehen. Der, der defaulted, das ist gut. Also... dass er es jetzt in der letzten Runde gemacht hat, wo ich nicht angegriffen habe, ist das gut. Und... Ach, wie gesagt, hier wieder einmal. Eilen! Und dann wird wieder drauf geholt. Und das war's. Sehr gut. Es ist nur wichtig, dass Geld mein Ende sein soll. Mein Ziel ist, dass... ich habe keinen Grund, eine andere Kunde zu verdienen. Keine Grund. Kind! Das ist nicht passiert! Ist es niemand anderes? Ich werde meinen Throne zu niemandem geben! Niemand! Ja, dann fragt mir jetzt keiner mehr. Ja, dann fragt mir jetzt keiner mehr. Und zwei neue Asteristen in unserem Besitz. Ein Krieger, der Waffen mit Magie erfüllt. Höchst, verfügt Angriff und Elementalverteilen zu. Bevorzugt Schwerter. Ja, wir haben es auch gesehen bei Kind, wie das funktioniert. Ich glaube, wie es aussieht. Benutzt Zeitmagie, um deinen Kampf für sich zu entscheiden. Beherrscht Zeitmagie. Bevorzugt Schrebe. Sieht immer noch hässlich aus. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich schweig meine Verstattung, zu sehen durch seine Medi... den alten Krieg, seine Veränderungen. Ich verstehe. Ich verstehe. Was sicher ist, ist, dass es ein willkommenes Zuhause zu dir und deinen Kollegen, Frau Vestal. Wir betrachten, für eure selten Reise. Geh, und bringe dein Leben in die ganze Welt. Dann tun wir das noch. Und ich würde sagen, wir gehen auch noch zu dem Waisen. Und ja, weil das Kapitel müsste ja eigentlich dann auch langsam enden. Und daher, das ist schon mal ein Plan, das in diesem Part zu schaffen. Auch wenn das Video dann... potenziell wieder etwas länger sein dürfte. Aber... naja... Ist ja dann auch mehrere Wege das Finale dieses Angezaugts hier, ne? Ich fühle mich schuldig, einfach so zu sitzen. Wir brauchen alle Rest, mein Lieber. Was wir nächste Mal haben, lasst uns das mit einer vollen Energiekrankung machen. Und ich glaube, dass ich die Entstehung auf der Haut auf der Haut. Ich denke, deine Komplexität. Ich... Meine was? Ich versuche, Ringabel. Sie schreckt die Schmerz. Ich schreckt die Schmerz. Hmm... Ist das eine Begründung von Jealousie, die ich entdecke? Vielleicht ist es dich, die schreckt von... Ich bin... Hahaha, du bist witzig! Ich kann mich nicht mehr so schwerer in diesem Weltkrieg denken, als ein Mann nicht in der Inspiration ein bisschen Jealousie. Atees. Für jetzt, ich brauche ein bisschen air. All diese... Riding auf den Wäben ist... they do you suppose he's all right oh leave him a little seasickness will keep him quiet on yes do you know the other festals in your speech you mentioned working with them oh it is my hope that such a collaboration can be achieved Aber ich habe noch nie zu treffen, die Vestals der Erde oder Feuer. Ich weiß nur die Vestals, Olivia. Ich habe, seitdem wir Kinder waren, als unsere Tempel stand in den Nachrichten. Seitdem wir Vestals in voll sind, haben wir keine Korrespondenz, aber... Ich habe Angst, dass die Röntgen des Sees ist eine Wahrheit, dass etwas Schmerz hat die Vestals der Vestals. Ich hoffe, dass Olivia besser hat. Das war schnell. Ich fühle mich besser? Nein! Kees! Vestals der Windchristal, Agnes Oblige. Zurück auf einmal, oder sehen Sie Ihre Schmerzen schlagen. Du! Schmerz der Windchristal, Dimm! Wer? Was? Ideia? Du bist gut. Wir haben uns schmerzen mit Angst. Aber du bist ein Kaptein der Vestals nicht mehr. Komm, ich will sehen, dass sie keine Bewegung macht. Quickly, auf meine Seite! Geh weg von der Vestals! Nein! Du geh weg von ihm! Wenn du sie schmerzt, wenn du sie schmerzt, oder sie schmerzt, wirst du mir für das. Was? Was ist das Schmerzen? Du sprachst nonsensisch! Ich bin nicht ihre Kaptein, und sie schmerzt, keine Schmerzen. Ich bin hier von meiner eigenen Freiheit. Ich bin hier von der Vestal. Was dann? Du sprachst das Duchy? Du sprachst dein Vater? Du sprachst dein Vater? Du sprachst dein Geist? Du sprachst dein Geist? Du sprachst. Du sprachst dein Geist? Du sprachst dein Geist? Du sprachst dein Geist? Ich bin nicht bei uns! Ich bin nicht die Gerichte. Nimm mich das! Du spachst dein Geist! Ich bin ein Schritt negatief, nach On-Gas und ich will etwas Kleinew sicher. Das ist meine Entscheidung. Ich gebe dir nichts zurück! Ich könnte mich nicht in der Lage sein, aber ich will sehen, dass du schlägst bevor ich sterbe. Du sicher bist dann? Ich bin sicher. Du bist eine einfachste Aufgabe. Aber eine Schlange von meiner Hand und sogar die Flasche von meiner Bladen wäre dein Ende. Ich bin eine schlechtere Hand bei Beobachtung. Dann keine Angst. Ich bin nicht die Art, um zu schrauben, Din. Vielleicht habe ich das von meinem Vater. Ich kann das nicht von deinem Vater. Ich habe noch einmal gefragt. Will du wiederholfen? Meine Meinung ist set. Schrauben, Frau. Du bist... Sehr gut. Ich werde jetzt nachdenken. Aber wissen Sie, Vestal. Du und deine Abettbewerbs sind immer unter unserer Beobachtung. Was du schaust zu machen, läuft gegen den Flaschen der Progresse. Du schaust die Menschheit auf der Weg zum Annihilation. Ich werde nicht aufzuhören, nicht zu schrauben. Es ist Zeit, dass deine Wände aufzuhören. Das Schaust die Schaust der Flaschen. Das Schaust. Du schaust die Flaschen! Beobachtst du dich vor, wenn du nachzuhåst. Sie sollte sich nachzuhören, neue Böden. Altern? Wenn ich mehr... Du bist sicher! Das ist alles, was ich zu fragen! Edea! Wer war dieser Mann? Er wusste dich! Er ist ein Mitglied des Kanzel von 6. Der Duchy von Eternia. Und die 6 Menschen, die eine Armee nach Agnes senden? Ihr Tone war familiär. Du warst nahe? Wir sind zusammen. Rejoiß, Jolly Companions! Ich habe die schönsten Seashell gefunden. Hier, ein Geschenk von... Ah... Hm? Ich habe etwas verloren? Was? Oh, du bist wirklich nicht froh, Ringabel. Hm? Wie? Was? Nein, ich habe Angst. Sie wird nicht ein Stück von der Boden. Es scheint, dass wir die Erde sind, bis wir noch eine von diesen Skye-Stone-Stellen. Mergerger! Blast diese Alternative! Und ich, für nicht zu sehen, dass es kommt! Aber wir können nicht sitzen und stehen hier. Hör auf und mach was! Wenn das Schiff gebrochen ist, lässt das Reise mit dem Fuß. Ich glaube, wir müssen unsere Glück mit diesem Wald und dem Miasma versuchen. Okay. Ja, ja, der gute Alternus. Nämlich habe ich nicht mehr in Erinnerung, dass das Kapitel noch so lang geht. Aber okay. Miasma-Wälder. Es verbringt die Lungen. Aber es ist nicht... nicht so schrecklich, dass wir noch einen anderen Schritt machen können. Es kann vielleicht sein, dass der Rückkehr der Winde die Miasma für uns verbrannt hat. Es ist egal, dass wir es bestens davon nehmen. Wenn wir passen können, lasst uns das jetzt machen. Irgendwann unter blauem Himmel. Kapitel 2. Ja. Aber... Ich würde es sehen. Ich möchte über Anschein informieren. Alternus, du bist so gut wie jeder. Sprech auf. Ich habe gehört, dass der Winde-Krystal ... 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 Die, die ich in der Vestal verabschieden war, eine von ihnen war Edea. Meine, 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 das ist ein Verrückte. Das ist so, eine Schockenweise. Also, was denn? Sie sah sie auf deine Beine und rief nach Hause? Wie schrecklich! Und trotzdem, wenn dies die Wahrheit ist, dann ist es ein problemloser. Wir schauen uns an dich, um alle die Eternationen Forderungen zu führen, Herr Marshal. Für deine Frau in Tua-Benz, die Vestal ist... problematisch. Wie würden wir uns gehen? Hm. Alle, die die Vestal in uns beurteilen, müssen wir uns eliminieren. Unsere Worte ist nicht wichtig. Ah, wunderschöne Worte. Aber wie truthvolle, ich wundere. Sie würde wirklich ermöglichen ihr Elimination? Seine Herrsäcke! Die Aufgabe vor uns ist größer als uns alle. Ich werde nicht die privaten Worte verlassen. Dann werde ich mit ihr wieder sprechen, sicherlich. Ich werde gehen. Es scheint, dass die Vestal auch ein Problem beurteilt ist. Ich werde gehen und die beiden beurteilen. Ich erwarte, dass ein wunderschöne Wurzeln von Ackolaten auf meinem Erfolg. Komm, Victor! KPlease!" Der Lord Marshal, sind Sie sicher über das? Ok. Aber, ihr wisst bescheid. Kann ich nicht speichern? Ok. Kann ich hier speichern? das war es mit brev die default aber gesagt prolog und kapitel 1 wenn wir anspielen danach ja ich muss mir überlegen ob ich das kapitel 2 auch noch machen werde stand jetzt erst einmal nicht aber keine sorge für diejenigen die es interessiert die story von dem spiel und wie es noch weitergeht ich plane ein zusammenfassungs video der kompletten story spielt er versucht so kurz wie möglich zu halten es werden also entsprechend nur die wichtigsten dinge angesprochen und erwähnt und so weiter so können wir wenigstens noch dafür sorgen dass ihr die komplette story auch wissen erkennt und wisst was passieren wird soll euch das nicht reichen müsst ihr euch das spiel für selber besorgen oder auf anderen wegen spielen oder gucken liegt an euch auf jeden fall war es das von meiner seite aus erst einmal sollte euch das video oder die spiel gefallen haben das so gerne die feedbacks aber positiv oder negativ bleibt euch verlassen gerne mit einer kleinen begründung was ihr gefallen hat was nicht und ja wir freuen wenn wir uns dann auch beim fassungs video oder falls ich doch kapitel 2 mache dann dort sehen ansonsten geht es äh ich weiß noch nicht wann genau aber bald auch mit bravely second weiter und danach mit bravely default 2 denn ja bravely default 2 ist nicht der nachfolger von bravely default auch wenn die namen sehr die namen sind sehr verwirrend ich weiß aber gut ja wir sehen uns hoffentlich dann ciao leute